Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Duke Nukem. Ach stimmt, wir haben unsere Laserwaffe noch. So, sehr schön. Das gab ordentlich Punkte. Ach, es kommen die kleinen Viecher hier wieder. Das kann mal weg. Okay, da kommen wir erstmal nicht weiter. Oh. Da können wir... Ach, wir können da hochklettern. Ich dachte gerade schon. Hm. Okay, das ist zum Glück nicht irgendwie schädlich. Au, nicht anfressen hier. Ach, der braucht trotzdem mehr Schüsse hier. Okay. Trotz Laserwaffe. So, jetzt wird das schon mal eingesammelt mit den Tipps. Ähm, ja, da ich ja eh mehr oder weniger hier... Das... Na, komm, komm. Okay, der Herr Brainman war wieder da, wie es scheint. Äh, das Level einigermaßen... ...ausführlich mir anschaue. Sind die Tipps jetzt nicht so... ...sonderlich hilfreich, aber... ...ist halt nett und es gibt halt Punkte. Haben wir wieder Laser. Ach schon, mit dem Laser können wir jetzt aber hier durchschießen. Das ist gut. Also, das ballert halt quasi überall durch. Komm, komm. Müssten wir halt nochmal treffen. So, zum Beispiel. So, niemand kann meinen Laser stoppen. Ups, die Maus nehmen wir auch nochmal aus dem Bild. Mhm. Boah. Ist ja gut, mein Kleines. Ist ja gut. Aua. Das war jetzt nicht so nett. So, mal gucken, ob ich den Sprung hier hinkriege. Nein. Ne. Das ist schon mal nicht machbar. Tja. Hm. Irgendwie muss es hier weitergehen. Ich glaube, wenn ich da runtergehe, bringt das nicht mehr allzu viel. Ach, hier ist noch ein Ding, wo ich drauf springen kann. Okay. Habe ich jetzt erstmal nicht als solches wahrgenommen. Na, komm, loslassen bitte. Danke. Gut. Gut, mit dem letzten Schuss gerade noch gekriegt. Hm. Das bringt mir aber gar nicht mal so viel hier rum zu klunschen. Vielleicht sollte ich nochmal nach oben. Nee, ich kann hier nicht ganz hoch. Dann, ja. So, unterste Reihe da dran. Jawohl. Und dann kommen wir da hin. Ah gut, dann reicht das auch, um hier rüber zu hüpfen. Ach schon, ich kann von der Leiter mit der Waffe zumindest nicht schießen. Dann machen wir es halt so. So, hab da bitte einmal dran. Ah gut, das Ding kriegen wir leider nicht. Jetzt komme ich hier aber nicht runter. Doch. Hm. Gut. Access Card haben wir. Das K wäre auch da oben. Okay. Hm, kommen wir da, nein, kommen wir leider nicht hoch. Hm, was haben wir eigentlich hier unten noch Schönes? Nicht mehr viel, nee, da waren wir ja schon. Da oben geht es dann weiter mit dem Schlüssel. Gut, haben wir den Schlüssel, haben wir aber noch nicht. Das K komme ich da leider nicht hin. Gut, ähm, schauen wir, ob wir mit dem Schlüssel hier, warte mal. Wenn wir hier ganz unten dran springen, dann da weiter, nee, geht nicht. Da kommen wir auch nicht hoch genug. Muss doch irgendwie gehen, dass wir darüber springen können. Ja. Komm, gib mir aber bitte Antrieb nach oben. Du bist mein Antrieb. Ah gut, jetzt sind wir hier. Was nichts bringt. Ah ne, doch. Bringt was, weil wir nämlich hier auf der Ecke noch gar nicht waren. Ah, es sieht doch mit dem Lebensbalken gar nicht mehr so gut aus. Das macht es nicht besser. Wir haben uns den Weg schon mal gemacht, oder frei gemacht. Müssen wir nur noch an den Schlüssel kommen. Ähm. Was haben wir denn hier noch alles? Nicht mehr allzu viel, schätze ich. Gut, dann wieder nach unten. Gucken, ob wir die Keycard irgendwo benutzen können. War da irgendwas? Fällt mir jetzt noch grad nix ein. Vielleicht hier unten wieder. Ja. Ja, stimmt, da unten rummort was. Da haben wir den Schlüssel. Super. Hopp. Dann ballern wir dich mal noch in Ruhe weg hier. Können wir hier mal aus der sicheren Entfernung machen. Ist ja, glaube ich, gar nicht so schlecht. Genau wie bei dir. Ja. So, Feuer. Ich glaube, so viele Gegner haben wir hier gar nicht mehr. Die unbedingt gefeuert werden möchten. Genau, dann müssen wir da wieder hoch. Zack. Ah. So ein bisschen Backtracking hier wieder drin. Da kriege ich den Sprung wieder nicht durchs Timinggrad wieder nicht hin. So, reicht das? Jawohl. Dann ging es hier rüber nach rechts weiter. So, und hier können wir dann wieder Sprung üben. Jawohl, diesmal auf Anhieb. Dann können wir da hoch. Und Richtung Tür. Bitteschön. Bitteschön. Ich glaube, dass es besser läuft. So schon mal nicht. Ich kann ja schon mal hier hoch. Genau, das könnte eventuell helfen. Ich möchte gerne runter. Ach, Mann. So. So. Ich glück hier unser Speicherpunkt nochmal. Also das scheint da wohl nur für In-Game zu reichen. Hier mit den Speicherpunkten. Aber das ist schon mal zumindest besser als Nick. Dann können wir nochmal hier hoch. Da war ja, glaube ich, nichts mehr Sinnvolles, oder? Der kann da mal weg. Hm. Hm. Nö, ich glaube nicht. Na dann. Zack. Jump'n'Run-Action. So nicht. Na komm. Sei ein braver Duke. Und tu was für dein Geld. In dem Fall den Sprung schaffen. Jetzt könnte es klappen. Nö. Vielleicht bin ich da echt immer noch ein bisschen zu hoch. Jetzt. Hopp. 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 Juhu. Ventilator. Hat nichts mit Knorr-Kator zu tun. Wahrscheinlich zumindest. Obwohl es ähnlich klingt. Na gut, der Schlüssel ist auch schon eingesetzt. Okay. Was haben wir denn hier oben drin? Punkte. Noch mehr Punkte. Mhm. Soll ich auch mal rauskauen, wie man hier runterkommt? Einfach loslassen. Also springen, drücken und nach unten. Nein. Sprung verkackt. Und wieder ein Sprung verkackt. So. Dann wird es jetzt wieder schwierig. Eintreff und wir sind weg. Und das wird da oben, glaube ich, gar nicht so angenehm. Gut, da einmal hoch, bitte. Vielen Dank. Vielleicht haben wir echt noch Glück und finden hier noch irgendwas zum Aufpeppen. Dich zum Beispiel nicht. Okay. Da habe ich den Flugpattern von den Viechern noch nicht so ganz raus. Ach, wir behalten aber unseren Fortschritt. Das ist gut. Wir werden nur zu der Stelle zurückgesetzt. Ich meine etwas. Ist eigentlich da oben. Ach, und ich glaube, wir verlieren unsere Waffen. Das kann natürlich auch sein. Aber wie gesagt, was wir aufgesammelt haben, bleibt. Wie ich das gerade sehe. Gut, gut. Dann hier nochmal nach oben. So, wir müssen ja eh hier rüber. Es führt daran kein Weg vorbei. So, ja. Nur einmal gerade drüber hüpfen. Dann passt das auch. So, das geht ja zum Glück noch alles einigermaßen. Dann gucken wir doch, ob wir hier noch ein paar Gegner töten können. Vornehmlich die, die uns getötet haben. Ne, da müssen wir nicht mehr hin. Wir müssten hier hoch. Hier weiter. Stimmt, wir können ja auch noch. Ich vergesse es echt immer wieder, dass wir auch nach oben schießen können. Laser ist nett. Oh. Trotzdem heißt es jetzt wieder aufpassen, weil wir haben kein Leben mehr. Keine Ahnung, wie fern das hier jetzt schädlich ist. Jawohl, das ist gut. Das kommt wie gerufen. Und schon sieht es wieder besser aufs Auf und Aus. Das wäre kaputt. Und wir haben den Level geschafft. Sehr schön. Dann können wir auch hier wieder eine Folgenpause machen. Danke fürs Zuschauen. Hoffen wir, ihr hattet Spaß. Und bis zum nächsten Mal dann. Macht's gut. Und ciao, ciao. 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 Ciao.